Kennst du eigentlich deine eigene Gesichtsform? Solltest du aber. Warum? Weil es die Grundlage ist für alles andere, was kommt. Haare, Make-up, Styling. Alles ist ganz individuell und du solltest dein Rouge nicht einfach so setzen, wie es jeder macht. Wie du das herausfindest, wie deine Gesichtsform ist, das zeige ich euch jetzt und im Anschluss, werde ich euch versprechen, wird jeder perfekt sein Rouge setzen können. Um die Gesichtsform zu ermitteln, schließt du ein Auge, aber du hältst das Auge nicht zu, sondern schließt es einfach nur. Dann nimmst du dir einen Whiteboard-Marker, den du nachher auch wieder am Spiegel abwischen kannst und gehst jetzt einfach an deiner Kontur entlang. Dann überprüfst du nochmal, wenn du dein Gesicht nochmal in den Innenbereich reinhältst, ob das passt oder ob du eventuell noch etwas korrigieren musst. Dann gehst du hin und malst dir diese Form etwas fester, etwas sichtbarer und ermittelst für dich dann die passende Gesichtsform. Mein Gesicht ist ein Oval. Ganz allgemein sagt man, dass das ovale Gesicht die optimale Gesichtsform ist. Jetzt hat natürlich nicht jeder von uns ein ovales Gesicht, was aber überhaupt nicht schlimm ist, denn die gute Nachricht ist, dass ein Oval in jede Form reinpasst. Was man auch beachten sollte, ist auf jeden Fall die Zwei-Finger-Regel. Bevor wir anfangen, sollte jeder für sich die Zwei-Finger-Regel einfach verinnerlichen. Und zwar Zwei-Finger sollte man weglassen von den Augen, vom Platzieren für dein Rouge. Zwei-Finger sollte man weglassen von der Nase, zum Platzieren für dein Rouge. Und Zwei-Finger auch am Mundwinkel. Das heißt also, dass dein Rouge generell in diesen Bereich kommt. Jetzt würde man ja sagen, ja, dann ist das doch gleich für jeden. Aber ich zeige euch jetzt erst einmal ein paar Prominenten, ein paar Beispiele, dass ihr sagt, ja, da erkenne ich mich wieder. Zuerst nehmen wir mal das rechteckige Gesicht, und zwar Angelina Jolie. Ich blende sie hier oben mal ein, dann könnt ihr sehen, ich habe ein Bild rausgesucht, wo jeder von euch sagt, ja, das ist ein rechteckiges Gesicht. Und zwar das rechteckige Gesicht, ihr seht, hier kommt das Oval rein. Das heißt, ein rechteckiges Gesicht ist ein Gesicht, was sehr markant ist. Das heißt, wir müssen es weicher machen, wir müssen es modellieren mit dem Rouge. Da ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel die Schläfenpartie und der untere Bereich vom Kinn einmal mit Rouge weich gezeichnet wird. Und wo das Rouge hinkommt, bei dem rechteckigen Gesicht, ist auf jeden Fall hier die seitlichen Wangenknochen, und die zieht ihr dann einmal so nach vorne. Wo sind denn die oberen Wangenknochen? Die wären hier. Und zwar, wo ihr hier den Knochen spürt und ganz oben der oberste Punkt. Ihr nehmt die Schläfen, geht einmal hier rüber bei dem rechteckigen Gesicht, setzt es hier auf die oberen Wangenknochen, lasst es ganz zart nach vorne verlaufen, denkt an die zwei Finger, denkt hier an die zwei Finger, und um das markante Kinn etwas weich zu zeichnen, geht ihr einmal hier nochmal mit dem Rouge rüber. Das wäre die Option für das rechteckige Gesicht. So, dann das runde Gesicht zeige ich hier auch einmal. Und das ist das, was ich eben gesagt habe, ein Oval passt auch immer in ein rundes Gesicht. Und alles, was also jetzt zu den Seiten nach dem Oval rüber tritt, das wird zum Beispiel dunkel gezeichnet. Aber es geht ja um das Rouge. Selina Gomez, ich blende sie hier ein, ist ein absolut Top-Beispiel für ein rundes Gesicht. Und bei dem runden Gesicht ist es so, dass ihr zum Beispiel hier auch wieder auf den oberen Wangenknochen vom Ohr hier bis nach vorne einmal quer so schräg nach unten das Rouge zieht. Und warum macht man das so? Um das Gesicht etwas mehr zu strecken. Das heißt also, ich nehme hier einen Rouge-Stick, zeige euch das hier einmal, und würde jetzt vom Ohr hier nach unten so einmal ziehen. Und das wäre das Optimale zu verblenden für das runde Gesicht. Denkt wieder an die zwei Fingerregel, hier nicht, hier nicht, und auch nicht zu nah an die Mundwinkel. Denn wie gesagt, bei dem runden Gesicht wird es ja schräg nach vorne genommen. Als nächstes kommt ein Top-Beispiel für das dreieckige Gesicht. Reese Witherspoon oder Taylor Swift, ich blende sie hier oben mal ein, haben ein dreieckiges Gesicht. Da ist es so, die breiteste Stelle ist hier am Ohr und läuft dann spitz zu. Um ein Oval zu erreichen, ist es natürlich so, dass wir hier den Bereich jetzt nach hinten treten müssen, lassen müssen, und das Kinn müssen wir im Prinzip unten mit dem Konturring etwas abschneiden. Dann ist es so, zeige euch das hier einmal, nochmal als Beispiel. Hier haben wir das Oval drin. Auf die breiteste Stelle, die ihr quasi in eurem dreieckigen Gesicht habt, also hier, geht so ein ganz sanfter Verlauf nach vorne. Und zwar zeige ich euch das hier auch nochmal. Ihr setzt es jetzt hier auf, hier wäre die breiteste Stelle bei dem Gesicht und zieht es so nach vorne. Dann lasst ihr es ganz sanft nach vorne auslaufen. Ein Beispiel für ein ovales Gesicht ist zum Beispiel Kim Kardashian. Die blende ich euch hier ein. Sie hat ein relativ gleichmäßiges Gesicht und beim ovalen Gesicht hat man halt den Vorteil, dass man nicht sehr viel konturieren muss, da das ovale Gesicht ja als nahezu perfekt gilt. Aber beim Rouge ist es folgendes, und zwar das Rouge wird platziert auf der höchsten Stelle hier von der Wange und wird nach hinten ausgestrichen. Zeige ich euch auch mal. Und zwar hier wäre ungefähr die höchste Stelle der Wange. Zwei Finger breit weg und nach hinten ausstreichen. Das heißt, ich nehme jetzt hier zum Beispiel meinen Verblenderpinsel, platziere es hier und lasse das Rouge nach hinten schön auslaufen. Das ist die Stelle. Zeige es vielleicht jetzt hier auch nochmal besser mit einem Creme Rouge. Oder ich habe noch einen super Tipp für euch. und zwar nehme ich meinen Beauty Blender hier. Und zwar hier könnt ihr zum Beispiel auf der Stelle von den Wangeknochen einfach nach hinten wegziehen und dann habt ihr die perfekte Linie, wo das Rouge hin muss. Ihr nehmt euren Pinsel und das Ganze wird schön nach hinten verblendet. Hier zeige ich euch nochmal das Foto zu dem ovalen Gesicht. Ihr seht, wo die Kreuze hier sind. Das ist jetzt die Platzierung von dem Rouge und nehmt euch, wie gesagt, so einen Beauty Blender gerne mal für alle anderen Rouge-Platzierungen zur Hilfe. Und zwar setze ich das hier an dem höchsten Punkt an, ziehe es quasi nach hinten rüber und verblende es dann. Oder ich kann das natürlich auch mit dem Beauty Blender machen. Bei einem langen Gesicht zum Beispiel. Sarah Jessica Parker, die kennen wir bestimmt alle noch von dem Film Sex in the City, blende ich euch hier oben mal ein. Ja, schaut mal, was sie für ein längliches, schmales Gesicht hat. Ein längliches, schmales Gesicht muss ich irgendwie unterbrechen. Das heißt also, ich müsste jetzt hingehen, das Gesicht ist lang und schmal und ich setze irgendwie eine Kontur, sodass dieses lange Gesicht unterbrochen ist. Und das wird folgendermaßen gesetzt. Das lange Gesicht kommt hier auf die Höhe des Wangenknochens und wird gerade zur Seite gezogen, damit das ganze Gesicht einmal unterteilt ist. Zeige ich hier auch nochmal. Und zwar setze ich einmal hier vorne auf und ziehe dann zu den Seiten weg. Um das noch ein bisschen markanter zu machen, ich habe hier gleich mehr Rouge als sonst was, setze ich euch nochmal den Strich hier und zwar einmal hier so rüber. So, seht ihr das? Dann wird das Ganze wieder verblendet. Ja, das war in Anführungsstrichen natürlich nur das Rouge. Wichtig für die Gesichtsform ist noch der Bronzer, Contouring und auch der Highlighter. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das unten in die Kommentare, ob es eine Fortsetzung werden soll zu meiner kleinen Schmingschule heute. Ansonsten sage ich wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer sehr und danke, dass ihr das abonniert. Danke, dass ihr so schöne Kommentare schreibt. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao!